Level 5 Und ich bin ja mal gespannt wie es heißt Möwenklippen Ach ist das wieder hübsch Hübsch, bunt und tuffisch Oh wie süß Kann man die fressen? Ja Yoshi frisst ja jeden Dreck Selbst eine komische Blume Nein, Möwenalarm Und die Shy Guys nehmen sie auch noch hier mit Oh, Angst Möwen Nein, da kommen sie rausgerollt aus dem Busch Die Möwen Und die Shy Guys werden abgeworfen Hilfe Ich denke immer das wären Steine hier im Vordergrund Aber das ist Hintergrund, diese rosa Steine Sieht immer so vordergründig aus Ich glaube ich habe die Pflanze nicht gesehen Komm her Oh, da oben war ein Ei Egal Möwenklippen Muss nicht mehr stehen Hubi schraubi Jetzt geht es mal hier rund Nein Abgestürzt Nein Abgestürzt Er ist sehr träge, der Hubschrauber Hilfe Möwen Die Vögel Nein Böse Heißes Das schweb Falsch Sackgasse Bomben Zweiter Weltkrieg Zu schön Was haben wir hier Sterne Nix wie weg hier Checkpoint Ich habe E30 Oh, das ist unfair Yoshi, du bist ein blöder Nimmer zielen kannst du Die Vögel Also, das ist ein blöder aha aha ja böse blöde plattform wie denn wie denn ich glaube ich muss noch mal den switch betätigen wo auch immer der war im abgestürzt das ist ein stress unfassbar nein hier auch menschen du bist so blöd und ungeschickt das ist unfassbar ah ja schon wieder plattform wir gehen auch wirklich hier in zeitlupe lagen nochmals mit rd die völkern geflogen das unterteilt weil es nicht mehr oder hauptsache ich bin hier es war zwar vom ergebnis ein sehr schlechtes level eine blume aber wir sind durch und nur das zählt ja wenigstens alle stern so kann man sich das noch so ein bisschen schönreden wenigstens und es übernimmt der braune mit level 56 über den wohl können ich denke schon wieder über den wolken ein schöner so ein schöner name aber was mich wieder nicht gefällt ist dass ein auto scroll level ist die mag ich überhaupt nicht über den wolken über den wolken drunter erstmal über den sterne sterne und noch mehr sterne josh muss ich stehe wieder muss ich dir erst mal meinen stammpunkt klammern das ist manchmal ein bisschen kompliziert bei dem spiel bis eben dachte ich dass wir hintergrund dieses doch kommt ja auch noch angeschissen manchmal ist es schwer in dem spiel zwischen vorder und hintergrund zu unterscheiden hau ab was ist das unfair schon wieder du weg ah ne boah du laktik und erst macht es mir doch nicht so schwer wieder stresslevel hilfe die schmeißen mich ab kurze verschnaufpause naja das war doch schon wieder geil ist das geil ist dass ich es noch mal geschafft habe aber ich glaube ich werde gleich fehlen oder kommen schon die bösen bumen lag tico hau ab ist das stressig das war es dann wohl war ja eben nur eine frage der zeit bis ich endgültig machen lusie oft genug glück gehabt jetzt kann sein dass ich jetzt von vorne anfangen muss ich glaube ja doch wie assig ne da war ich gleich safe state aber hallo das ist ja weit und breit kein checkpoint in dem blöden level nö 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 lass mal gut sein hier kolleg boah hau ab es ist schlimm hm 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 Oh Concentraciones man möge es mir verzeihen wenn ich mal kurz und selbst slow state bloß gar fehler machen schon mal passiert dass ich auf das falsche kommt dann haben wir den salat da würde ich jetzt wahrscheinlich nämlich noch mal der burg wo ich mein letztes selbst gemacht hat und ich würde etwas verzweifelt hier macht mich fertig gott sei dank habe ich ja hier diesen gemacht nicht noch mal den ganzen sagt das ist der werfer hier ist der schläger da hinten ist der werfer baseball halten blöder blödes spiel amiesport da muss gleich lucky two wieder kommen unser freund seit dem ersten super mario spiel ist er dabei und nervt uns von oben und man muss ja sagen dieses joshis island spielt ja eigentlich vor der zeit also logisch als mario noch ein baby war das heißt diese ganzen sachen mit super mario bros 1 das kann man in der geschichte erst hinterher klingt kompliziert ist es auch allah kitu blöder stopp safe state sicherheit die wolken verwirren mich manchmal ein bisschen da hinten schon wieder wieder an ein 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 und ein jetzt kommt da endlich mal ein checkpoint wohin jetzt sind es für komische ballon sagt es doch gleich jetzt ein gelber sacrament und was soll das denn muss ich nicht verstehen ach gott das schwere ach so der schmeißt für mich da diesen button und auch schon sagen schmeiß danke ach freunde muss ich erst mal warten ideen hatten sie ja muss man sagen das ist nicht schlecht da ist nix das hier zahnstoffe die sieht man ja gar nicht dürfte ich jetzt mal wissen was hier ist ach mensch technisch nein alles für gar nix before ja auf und ich bin mal so frei, mach nochmal ein Safe-State, Entschuldigung, ich hab Angst, ey, Freunde, das war keine Absicht, dass ich mich jetzt hier, mein Gott, was ein Glück, so, man sollte, Open-State, please, ich sag's doch noch, ach, Blume, scheiß nicht drauf, ZIEEL, bisschen getrickst, Entschuldigung, wieder kein Bonusspiel, das gibt's doch nicht, das hat gefühlte Ewigkeit kein Bonusspiel mehr geschafft, nicht, dass ich jetzt bräuchte unbedingt, aber, naja, 62 Punkte.